Herzlich Willkommen liebe Clasher bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir den Toto Aka Thorsten beim Clan True Warriors. Im Moment habe ich mich ein bisschen rar getan. Ich hatte viel um die Ohren und einiges hat sich hier auch im Clan getan. Deswegen habe ich irgendwo den Faden nicht so richtig gefunden, um ein anständiges Video hinzubekommen. Aber ich liefere heute eine Folge, wenn sie auch kurz sein wird. Wir fusionieren mit einem unserer Partner Clans etwas. Es kommen also ein paar neue Leute dazu. Das Ganze will ganz gut koordiniert sein und dementsprechend haben wir so ein bisschen Platz im Clan geschaffen. Platz im Clan in dem Sinne, ich habe vor allen Dingen meine Twings rausgenommen, die ich im Moment nicht wirklich bespiele. Die machen so ein bisschen ihre Helden, nehmen nicht am Clan-Krieg teil, nehmen aber sowohl am Clan-Leben teil. Das mag zwar so sein, aber letztendlich bespiele ich die eher unregelmäßig. Das heißt, ich mache eigentlich immer nur einen Angriff pro Tag, lasse mir irgendwo Clan-Burg-Truppen jetzt geben und dann hoffe ich, dass ich so einen langen Zeitschill kriege, also 16 Stunden und mache dann irgendwie den nächsten Tag weiter. Mehr tut sich da im Moment nicht und deswegen bin ich etwas inaktiver auch mit diesem hier, weil ich alle Bobs anlaufen habe, habe Farben im Moment ein bisschen zu fix. Das hört sich zwar jetzt lächerlich an, aber irgendwann hat man die Lager voll, dann spendet man nur noch oder widmet sich halt mal ein bisschen anderen Sachen. Kann man ja auch mal machen. Das Leben besteht ja nicht nur aus Clash of Clans und und aus Clan-Kriegen ist sicherlich interessant. Auch da geht es bei uns im Moment ganz stark den Berg runter. Das zeige ich euch gleich warum. Das hat es also in dem Jahr, wo ich jetzt hier bin, ich bin jetzt schon etwas länger hier, eineinhalb Jahre fast, hat es das noch nicht gegeben, muss ich dazu sagen, dass wir einen so kleinen Clan-Krieg gespielt haben. Wir spielen nämlich einen 15er Clan-Krieg. Das haben wir noch nie gespielt. Bisher war das minimalste und das auch nur fast mit Ausnahmen 20er Clan-Krieg. Diesmal einen 15er Clan-Krieg, obwohl wir einen vollen Clan haben, aber ihr seht selber jede Menge Leute immer noch rot. Einige sind jetzt auch aufgrund der Fusionierung mit ihren Twinks rausgegangen. Wir haben also Charaktere, die haben ein, zwei Chars bei uns, haben auch geschrieben, dass sie ein bisschen inaktiver sind und gerne ein bisschen Platz machen. Das Ganze soll heute Abend ein bisschen weiter gehen. Das heißt im Moment sind wir 42, haben also acht Platz. Deswegen glaube ich, dass diese acht Platz auch belegt werden und dementsprechend irgendwo wieder voll werden. Und dann werden wir sicherlich auch zumindest die Pflichtzikas an den Freitagen mit 30er Clan-Kriegs wieder machen. Es war zwar ein 50er Clan-Krieg in Planung, aber ich meine, wenn wir jetzt mal gerade so 15 auf die Reihe kriegen, wir haben noch zwei Tage bis Freitag, glaube ich nicht wirklich daran, dass wir in naher Zukunft ein 50-50 spielen werden. Da müsste dann schon irgendwas Spektakuläres passieren, dass plötzlich alle sagen, Hurra, ich kämme meine Leute oder meine Helden und habe alles, alle Truppen beisammen. Das wird es, glaube ich, bei uns so nicht geben. Nebenbei zeige ich einfach mal ein paar schöne Farmangriffe, die sich hier so tun. Ich selber habe meinen letzten Farmangriff, da müsste ich gleich mal nachgucken, wann ich das letzte Mal angegriffen habe. Ich habe, glaube ich, den ganzen Tag, aber es ging auch nicht anders, irgendwie verdödelt. Ich wollte auch nicht in irgendeiner Pause mal irgendwann eben so einen Angriff machen, sondern habe mir einfach die CB aufgespart und habe nicht angegriffen. Wir gucken mal rein, letzter Attack vor zehn Stunden, also schon ein paar bisschen her. Heute Abend werde ich sicherlich wieder ein bisschen machen, dass mein Lager ein bisschen voller wird, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich komme ganz gut mit DE vor allen Dingen voran, was sicherlich daran liegt, dass ich immer noch relativ weit unten farme und solche Gegner hier finde. Das ist natürlich immer nice. Die kann man hier in Grund- und Boden farmen, selbst mit solchen Truppen. Ich glaube, ich brauchte die Clanburg nicht mal. Ich habe hier zwar einen Sprung verhauen, weil ich gedacht habe, ich hätte noch viel, viel mehr von den Kobolden, aber ich hatte doch nur noch 13 Stück, glaube ich, oder so. Da habe ich den Sprung so ein bisschen verpeilt. Ich hatte gedacht, ich kriege das Lager da hinten, ihr werdet es gleich sehen, nicht mehr wirklich. Und bin aber noch komplett durchgekommen, habe einfach noch den Vries genommen am Ende für die letzten zwei, drei Devs auf der rechten Seite. Denn von rechts kam ja noch einiges an Truppen. Und dementsprechend habe ich hier einfach mal gefriesen. Der hält ja auch immerhin schon 7,75 Sekunden. Die letzten Sekunden oder 7,25 Sekunden. Die letzten auf acht Sekunden sind ja im Update, laufen noch zwölf Tage. Und dann habe ich den Vries auch max. Und habe noch nichts in Planung, was ich danach mache. Vielleicht eine dunkle Truppe. Aber der Dicke soll ja hochgehen. Mit dem nächsten Bob geht der Dicke auch hoch. Also der nächste Bob, der frei wird, ist von einer Riesenbombe. Die habe ich aus Verlegenheit gemacht, weil ich tatsächlich an dem Abend oder an einem Abend, wo ich zwei Bops frei hatte, habe ich acht Millionen reingefarmt und konnte so eine Kanone starten. Das ist die hier in der Mitte. Und habe noch drei Millionen reingefarmt. Das hat gerade so dann für die Riesenbombe gereicht, sodass erstmal alle Bops beschäftigt sind. Und da meine DE-Arbeit voll ist, denke ich, werde ich den Dicke machen. Wir schauen, wie das hier weitergeht mit der Fusion. Und vielleicht mache ich ja heute doch noch ihren Angriff. Ich habe ja noch nicht mal meine Sammler geleert, nachdem ich das letzte Mal angegriffen wurde. Verliere auch nicht wirklich so viel. Was mich nach wie vor freut, ist, dass die Karre, die Lotkarre hier unten, schön bei mir mitten in der Basis, die hole ich jetzt gar nicht raus. Das ist von den ganzen Attacken dieser ganzen Tage, das ist bestimmt eine Woche. Also da kommt echt nicht viel zusammen bei mir. Ich behalte mein Zeug ja also schon ganz gut. Und das soll es aber auch gewesen sein von der kleinen, aber hoffentlich feinen Folge. Auch wenn euch die gefallen hat, lasst mir einfach ein Abo da, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns, hoffe ich, mit etwas spannenderen Folgen von unseren Klankriegen, von unseren neuen Leuten und von vielen, vielen guten Angriffen sicherlich wieder, wenn es wieder heißt, der Toto Clashed. Noch. Drei. Wo ist das? Wo ist das? Waren. Und das ist dass, wenn ich gedacht, dass die Teilt mehr ein